ja was glaubt jetzt willkommen zurück zu let's play wird wir heute weiter mit dem letzten teil dieses hackantrieb monster events aus es aus welts oder sollte tatsächlich so sein wir fangen an mit zehn kilometer also das heißt wir haben sehr viel zu tun ich habe gar nicht auf die anderen dinge jetzt geguckt gerade naja gucken gleich mal auf die zeiten wenn ihr mir natürlich jetzt 18 minuten oder so dann natürlich klar und vor allem im regen dann weiß ich dass wir auf jeden fall nicht weit fahren nicht viel fahren ich habe noch ein bisschen was aufzunehmen heute ist es ja nicht nur der vier sondern auch formel 1 wird gleich ein bisschen aufmachen kann da kann man ja wie gesagt wir vorbereiten will so wir tunen mal unser fahrzeug geboren also ein zweites allerdings ein mit einer fehlerfreien wertungsbrüffung verdienen wir uns einen besseren ruf sie minuten fast acht minuten brauchen sollen wir brauchen das sind die Ja, hier sieht man sich nicht mal, was hinter der Kuppel passiert. Auch hier wird wahrscheinlich wieder ein kleines P3 gehauen. Wie viel wird abzuwarten? Hier dran führen wir noch. Kuppel in links 6, durch Säcke. Links 1, Kuppel, nicht steigen. In rechts 2, lang. In links unten über Kuppel, in rechts 1, lang. Macht auf, nicht steigen. In links 2, Kuppel, 60. Links 1, Kuppel, nicht steigen. In rechts 2, lang. In links 5, über Kuppel, in rechts 1, lang. Macht auf, nicht steigen. Mit einem Vorsprung von 18,3 Sekunden. In links 2, Kuppel, 60. In links 6, Kuppel, 60. In rechts 3, über Kuppel, links 5, senke. Links 5, rechts 1, über Kuppel, links 6, in offener Kirche, rechts, lang, durch senke. Links 4, rechts 3, links 4, rechts 3, in links 2, links 6, in links 2, links 6, auf eine Kehre links, jeden halb. Ein leichter Remme am Baum. Links 6, rechts 5, links 5, über Kuppel, links 6, rechts 5, links 5, über Kuppel, Achtung, Kuppel, rechts 1, links 4, rechts 6, durch senke. Rechts 4, rechts 4, links 6, über Kuppel, rechts 6, über Kuppel, links 6, auf eine Kehre links, jeden halb. 60 über Kuppel, Achtung, über Rennung, super, auf eine Kehre rechts, jeden halb. Rechts 6, links 6, Kuppel, senke. Rechts 6, links 6, ich weiss auch, wie viel sind wir vorschulen? 8 Sekunden draufgepackt, also momentan sieht es alles gut aus wenn der Petroler leer ist 60 durchsenken, runterkehren, links, lang, nicht schneiden, mittig halten, überpuppern durchsenken, rechts 3, 60, links 6, überpuppern, 2, überpuppern, nicht schneiden so rechts 5, links 6, links 6, überpuppern, 2, überpuppern, nicht schneiden rechts 5, links 6 60, überwenden, rechts 4, rechts 6, rechts 6, rechts schneiden, links 4, rechts 3, links 6, überpuppern, 60, links 6, überpuppern, links 6, überwenden, rechts 3, links 6, überpuppern, links 6, durchsenken, links 4, überpuppern, durchsenken, links 6, mittig halten, überpuppern, ich habe es scheinbar auch nicht sehr sauber gefahren was haben wir dann am ende sind noch nicht zu früh nur eine minute vorsprung und damit hat sich das für den sauber auch erledigt ich mag diese abwärtsschwung nicht die ziemlich magisch an gerade wir haben trotzdem noch gut zwei sekunden in diesem sektor gut gemacht aber das reicht ja so den ersten teil haben wir schon geholt das sind alles so lange dinge das heißt wir machen den split nach dem nächsten teil das haben wir die 80 80 8 minuten dinge da noch und dann machen wir keinen ersten split weil die anderen beiden teile nämlich ist auch 18 kilometer lang und somit den heck antriebs munster morgen schon durch gott sei dank sehr gut sechs minuten gibt uns vor jetzt kommt 4 3 2 1 los jetzt kommt 4 1 2 2 1 2 1 2 Kuppe, Kuppe, in links, 2, 9, Achtung, Kuppe, sofort, rechts, 1, nicht schneiden, 80, überwinden, sofort, offene Kehre, rechts, innen halten, rechts, 6, links, 6, rechts, 5, links, 5, überwinden, Achtung, Kuppe, rechts, 1, links, 4, rechts, 5, links, 4, 90 Grad, rechts, links, 6, rechts, links, 6, rechts, 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 rechts Geil. Minimal haben wir was geholt, bisschen was geholt. Rechts 6, durchsenken. Rechts 4, komme. Rechtsprung. Rechts 6, überwunden. Rechts 5, in links 2, überwunden. Rechts 4, links 2, überwunden. Rechts 4, links 1, Bälle, senken, nicht schneiden. Rechts 5, überwunden. Links 5, rechts 6, 80, rechts 4, kann man ja eh jetzt knicken. Rechts 5, überwunden. Also würde mich verwundern, wenn es so wäre. Ja cool, aber nein. Rechts 6, links 5, rechts 4, überwunden. Links halb, durchsenken. Rechts 2, durchsenken. Links 3, rechts steigen. Links 5, rechts 4, überwunden. Links halb, durchsenken. Rechts 2, durchsenken. Links 3, rechts steigen. Links 5, rechts steigen. Rechts 3, überwunden. Also 80, links 6, links 6, rechts 5, links 5, überwunden. Achtung, komme. Rechts 1, links 4, in links 6, durchsenken. Links 4, überwunden. In links 6, durchsenken, runter. Links 5, rechts 1, überwunden. Links 6, in offener Kehre rechts, lang, durchsenken. Links 4. Rechts 0, rechts 3. Rechts 3, links 6, durchsenken. Links 4, überwunden. Rechts 3, in links 2. In links 6, durchsenken. Links 4, überwunden. Nicht steigen. Oh, wir haben sogar dagegen lassen. Wir sind konzentriert gerade. Rechts 6, links 4, rechts 3, links 6, durch Tor, 130, links 5, links 3, nicht schneiden, rechts 6, durch Tor, 60, links 6, durch Senke, links 4, durch Senke, links 6, mittig halten, durch Tor, rechts 6, 60, durch Senke, links 3, rechts halten, überwenden, links 4, links 1, wellen, Senke, rechts 5, überwenden, links 5, rechts 6, rechts 2, links 3, rechts 4, in unten, kehren, links, lang, durch Senke, in rechts 6, links 1, überkappen, rechts 5, rechts 5. Letzter Teil für heute. Rechts sechs, durch Senke. Rechts vier, Kuppe, in Einsprung, Rechtschneid, rechts sechs, Überfungung, links sechs, rechts fünf, links fünf, Überwände, Achtung, Kuppe, rechts eins, links vier, rechts drei, in links zwei, Durchsenke, in rechts zwei, Durchsenke, links vier, Überfungung, rechts fünf, links sechs, rechts fünf, links fünf, Überwände, Achtung, Kuppe, rechts eins, links vier, bis ziel. Gut, 25 Sekunden, da haben wir noch mal ein bisschen was verloren. Aber egal. Wenn wir jetzt mal vorne, 24 Sekunden auf Platz zwei, damit wir mal erster. Gut. Und die letzten drei Strecken sehen wir dann im nächsten Part bei Let's Play Dirt 4. Bis dahin und noch wiedersehen. Ich wünsche euch einen schönen, äh, heute müsste Dienstag sein. Naja, wie dem auch sei. Wir sehen uns dann. Tschüss. Und dann, wie dem auch, 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 wie dem